Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Tele-Stamm-Disch. Hallo und willkommen bei Die Oma wird nicht geschubst mit Folge 5 und dem Sauerkrautkoma. Ich bin's du und wir sind wieder vollzählig versammelt. Das soll heißen, die Kathi und die Theresia sind auch wieder mit am Start. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Servus. Ja ihr Lieben, wir sind jetzt schon bei Folge 5, das heißt Film 5, Sauerkrautkoma. Ja, auch der natürlich wieder basierend auf dem gleichnamigen Roman von Rita Falk. Das habe ich im Vorfeld gar nicht nachgefragt. Theresia, du hast ja ein paar Bücher gelesen. Gehört Sauerkrautkoma dazu? Nee, ich glaube irgendwie so ab Teil 4, Teil 5, da hatte ich dann von meiner Arbeitskollegin immer die Hörbücher und dann bin wir die Hörbücher gehört, die auch sehr gut sind. Und hast du den denn wenigstens im Kino geguckt, also seit 2019, nee Quatsch, 2018 war es rausgekommen? Ja klar, also da waren wir im Kino und unsere erste Meinung war nach dem Kinofilm, ja okay, ich glaube sie können jetzt aufhören. Kathi, sei ehrlich, bist du nicht auch ein bisschen neidisch, wenn du so Sachen hörst, dass die Theresia das in Anführungszeichen Glück hatte, so die ersten Eberhofer auch im Kino zu sehen? Nicht vielleicht die ganz ersten, aber so die Teile, wo es anfing interessant zu werden? Es gibt nur eines, ich glaube ich in meinem Leben wirklich neidisch bin, dass mein Stiefvater Queen zwar mal live ist, mit voller Mercury, da ist der Eberhofer nix dagegen. Ja okay, das kann man jetzt aber auch schlecht vergleichen. Ja, Another One stampfte Sauerkraut. Genau. Gut. Ihr Lieben, bevor wir uns mal zum eigentlichen Film kommen, mir wurden zwei Fragen gesendet, die wir hier beantworten können. Zuschauer-Interaction. Yay. Woo. Und die erste Frage ist tatsächlich eine Frage, die gar nicht mal so uninteressant ist, nämlich, mal ganz ehrlich, wo kann man die Filme eigentlich sehen? Weil das ist ja schon eine, wie soll ich sagen, eine Frage, die gekoppelt ist mit teilweise, das können wir aus eigener Erfahrung sagen, einem gewissen Zeitdruck, oder? Ja, also man konnte sie mal auf Netflix schauen, so seit wir angefangen haben, diese Filme zu besprechen, gibt es nicht nur auf Netflix, aber man kann sie ab und zu in allen möglichen öffentlich-rechtlichen Mediatheken schauen, wenn sie laufen. Mhm, aber ich leise mir halt immer irgendwie auf Amazon oder wo auch immer aus. Ich glaube, zurzeit sind noch zwei irgendwie in der ARD-Mediathek, ich habe aber leider vergessen welche zwei, ich glaube, Dunkin' Replus, der erste und Kaiserschmang-Drama, glaube ich, sieht man noch. Bin mir jetzt aber nicht mal ganz sicher, also wie kann ich sagen, man sieht sie ab und zu dann eben in sowas wie ARD-Mediathek, 3SAP-Mediathek oder sonstiges. Bevor ihr jetzt auf die Suche geht, hier noch die Info, dass wir diesen Podcast am 10. September aufnehmen, mittags, Sonntagmittag und es ist schweineheiß. Das heißt, wenn ihr das hört, könnte es sein, dass gleich der ein oder andere Eberhofer Film aus der Mediathek wieder raus ist oder vielleicht sogar wieder reingekommen ist, denn seien wir ehrlich, es vergeht ja kein Quartal, wo nicht minimum einer von den Filmen auf irgendein Programm läuft und danach für ein paar Tage in der Mediathek zu finden ist. Also sucht einfach, ihr werdet sie finden, ansonsten halt, wie die Katja schon sagte, kann man sie auch ganz einfach als VOD kaufen, leihen. Die gibt es auch auf DVD, da muss ich auch sagen, ich glaube, ich hätte ganz gerne eines Tages mal so eine Komplettbox, aber es wäre echt dumm, die jetzt schon zu kaufen, die DVDs, weil du weißt halt aktuell nicht, wie der Stand ist. Es kommen noch Teile, weil dann hast du irgendwie so eine DVD-Box mit 10 Filmen oder 9 Filmen und dann sind aber noch zwei weitere da. Das ist ja für mich auch immer einer der Gründe, warum ich mir nie eine James-Bond-DVD-Box holen würde. Ja, dann habe ich noch eine Frage und das kann man sehr subjektiv beantworten. Und zwar wurde ich gefragt, wie wichtig ist es eigentlich, sich an die Reihenfolge zu halten? Also wirklich mit Dampfknübeln bloß anzufangen, dann mit Winterkartoffelknübeln weiterzumachen? Oder ist das besonders wild, wenn man mal, sag ich mal, statt Teil 4 den 6. guckt und dann erst Teil 5? Und meine Meinung dazu ist, ja, es wäre schon am besten der Reihe nach. Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn man einen Teil auslässt oder einen Teil, der später kommt, erst zuvor sieht. Weil ich glaube auch, dass ich beim ersten Gucken der Reihe auch, glaube ich, ein, zwei Teile vertauscht gesehen habe. Ich finde, das geht schon. Ich frage mal, Kenny, mit dem wir hier Reda-Pro besprochen haben, das war sein erster Kino-Film und das war der neunte. Also ich glaube, es gibt ja keine so wirklich übergreifende Handlung, die fortgeführt wird. Also davon muss man sich nicht unbedingt in der Reihenfolge sehen. Das Einzige, wo man dann eventuell nicht so ganz mitkommt, ist dann immer so dieser zwischenmenschliche Stand zwischen den Beziehungen. Oder hauptsächlich, wie gerade die Beziehung ist zwischen Franz und Susi. Aber ansonsten, glaube ich, kann man die gerne durcheinander gucken. Aber ich bin trotzdem auch ein Fan davon, die halt in der Reihe anzuschauen, weil es ist jetzt kein Zwang. Also darf jeder gerne machen, wie er es will. Wobei man ja sagen muss, dass der Eberhofer ja selbst oft nicht weiß, in welcher Stand gerade zwischen ihm und Susi ist. Von daher wäre das ja eigentlich fast schon passend, wenn man da einfach mal ein bisschen in der Reihenfolge ein bisschen umherspringt. Aber gut. Ja, dann wären das die Fragen, die zu uns herangetragen worden sind. Vielen Dank. Ihr könnt uns weitere Fragen stellen. Dafür gibt es die Kommentarsektion bei überall, wer uns gerade hört. Kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema, nämlich Sauerkrautkoma. Und wir starten wie immer mit der Inhaltsangabe und wie immer eingelesen von der wunderbaren Anna. Sauerkrautkoma. Franz Eberhofer fühlt sich als Dorfpolizist in Niederkaltenkirchen eigentlich ganz wohl. Die Beförderung auf Minger käme einem ungelegen. Doch Beuth holt er Mordfall, er nimmt sein Heimat zurück. Im Auto vor seinem Vater ist er Leiche gefunden worden. Und außerdem macht er sich eine Sorgen wegen seiner Freinen, der Susi. Derer macht ein erfolgreicher Geschäftsmann heftige Avancen. Jetzt überlegt er Franz, dass er um ihr Handau halten sollte. Vielleicht ist Schutz spart. Ja, vielen Dank nochmal an die werte Anna. Sauerkrautkoma ist ja wirklich der Teil, der zumindest für mich deswegen sehr auffällt, weil er als Handlungsort jetzt Niederkaltenkirchen schon verlässt. Also keine Panik, wir bleiben in Niederkaltenkirchen. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass der Eberhofer relativ häufig in München unterwegs ist. Und Eberhofers Meinung zu München ist nicht die beste. Und wir sehen ja München auch sehr deutlich aus seiner Perspektive. Also sein neues Büro etc. pp. Und ich war erst neulich in München und ich fand München jetzt nicht so schlimm. Aber Eberhofers München ist echt nicht so geil, oder? Er will halt nicht weg aus Niederkaltenkirchen, vor allem nicht weg von der Oma, weil wer kocht dann für ihn. Und auf mich hat er so gar keinen Bock. Und er glaubt ja auch, dass da irgendeine tiefere Verschwörung dahinter ist, dass der jetzt von Niederkaltenkirchen nach München versetzt wurde. Das beschuldigt ja auch vom Mord und Checkmisch zum Bürgermeister einmal die Bank durch, dass die daran schuld sind, dass er jetzt wecken muss. Naja, eigentlich ist er schuld und halt auch der Rudi, weil es gilt jetzt quasi so als Beförderung. Er hat einen Dreifachmord aufgedeckt, dann hat er hier diesen Psychokiller aus Schwenkopf-Aldente gefasst. Also er war einfach zu erfolgreich und so ein Top-Polizist kann natürlich jetzt nicht hier in Niederkaltenkirchen versauern. Er wird ja auch dann, also für ihn ist es ja eine Strafversetzung und so wird es auch inszenieren, muss man sagen. Und wir sehen ja dann auch eine Wiederkehrerin, nämlich diese Elisabeth Mayrhofer, erneut gespielt von Nora Wallstetten, die wir natürlich besser kennen als Finn Lizzie. Die übrigens, das steht tatsächlich bei einigen Fanseiten, im Buch gar nicht aufgetaucht ist und die wohl aber einfach so gut ankam bei den Machern und beim Publikum im davorgegangenen Teil, dass sie sie jetzt einfach nochmal hergeholt haben für diesen Film. Und ich muss sagen, ich mag die Chemie zwischen den beiden, weil das ist halt wirklich wie Feuer und Eis die beiden. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sie danach nie wieder wirklich zur Sprache kommt oder nie wieder wirklich, ja, auftaucht im Überroberfeld. Das habe ich ja vorher in Karl schon gesagt, dass die zwei so, also sie können beide ihren Job, aber ihre Herangehenswanderung ist so unterschiedlich, dass es nur schief gehen kann, wenn sie zusammenarbeiten müssen oder keine Ahnung, weil sie, ich finde es ja auch so, ja, sie schaut ja jetzt am Franz und schaut, dass er ja keinen Blödsinn macht und keine Leingänge, was natürlich super funktioniert, den ganzen Film über. Und ich finde das auch sehr lustig, wie er dann das erste Mal in München in dieses Polizeibestim reingeht und dann die Tür zu ihrem Büro aufmacht und irgendwie so der Arzt sagt, ja, es ist auch nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen, oder? Ja, Begeisterung schaut anders aus. Ja, genau. Was mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen ist, die Finesi sagt ihm ja, pass auf, das hier ist München, hier, ja, hier spielt die Musik anders und das hier ist eine Abteilung, hier ist Teamarbeit wichtig. Und dann wurde mir ja klar, was mir noch gar nicht richtig aufgefallen ist, weil natürlich wir denken, bei Eberhofer denken wir immer an Eberhofer und Birkenberger, aber seien wir ehrlich, Teamplayer ist der Eberhofer, eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, also selbst wenn er mit Birkenberger agiert, wirkt das immer mehr wie so zwei Einzelgänger, die sich irgendwie zusammenraufen, aber auch immer ganz froh sind, wenn sie sich denn los sind. Ja, also deswegen ist er wahrscheinlich auch so glücklich in Niederkaltenkirchen, weil da ist er der einzige Polizist, da kann er machen, was er will im Prinzip, weil schweren eh niemanden. Und was man auch sagen muss, also der Standort Niederkaltenkirchen wird ja abgebaut und sie haben natürlich noch Sicherheitswache dort und das Sicherheitswache dort ist der Max, heißt er, oder? Ja, der Max, nämlich der Sohn von, genau, der Sohn von Simmerl. Und das ist auch eine Anfangsszene, wo der Eberhofer in sein Büro geht und der Max auf einmal dort sitzt und der Bürgermeister sagt, komm, ja, lesen Sie E-Mails nicht und er sagt, ja, ich habe keinen Computer. Man muss dann auch mal sagen, was ich auch sehr nett finde, ist, dass der Max, der ist ja dann quasi nur Sicherheitswache, der nimmt seinen Job schon sehr ernst, also der wollte schon alles richtig machen und korrekt machen. Aber, ja, das ist ja auch so ein bisschen das Gegenteil vom Franz und der Franz ist ja gewohnt, der kann halt in Niederkaltenkirchen quasi machen, was er will. Wobei, das erfahren wir auch in den Sauerkrautkomen, eine Sache, die wir ja schon wissen, dank Schweinskopf-Aldente, nämlich, dass der Franz ja früher wirklich mal in München auch Polizist war und er wurde ja ursprünglich strafversetzt nach Niederkaltenkirchen und er hatte ja am Anfang auch auf Niederkaltenkirchen keinen Bock, bis er gemerkt hat, wie cool das da ist und jetzt wird das wieder umgedreht. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, dass er jetzt nochmal merkt, so scheiße, irgendwie war die erste Strafversetzung eigentlich eine Traumversetzung und die Traumversetzung ist jetzt eigentlich die Strafversetzung. Ja, aber man merkt doch nicht, dass man mit dem Mordertschick oder so oder mit dem Bürgermeisterin und man merkt den auch an, dass sie wissen, dass er keinen Bock drauf hat. Ja, das stimmt. Der Bürgermeister ist eh nochmal so ein Thema für sich, da kommen wir dann gleich zu, weil der ja dieses Mal wirklich auch im Kriminalfall involviert ist, sage ich mal. Ich würde sagen, bevor wir zu dem Kriminalfall kommen, vielleicht nochmal so die Frage, ist Sauerkrautkoma vielleicht deswegen nicht so unser Lieblings-Eberhofer-Film, halt weil Niederkaltenkirchen so ein bisschen wegfällt, wobei das ist jetzt übertrieben, es gibt ja wirklich enorm viele Szenen, die noch in Niederkaltenkirchen spielen, aber der Eberhofer ist halt wirklich mehr in München aktiv. Liegt es vielleicht daran? Gute Frage, ob es besser wäre, wenn der gleiche Mordfall einfach in Niederkaltenkirchen gewesen wäre, und man vielleicht das Umfeld auch hätte und die Charaktere. Ich finde den Film auch nicht so schlecht wie ihr, glaube ich. Mir hat mit diesem Szenenwechsel mal gefallen, dass wir mal nicht nur in Niederkaltenkirchen sind, sondern auch was anderes sehen, auch wenn das andere ist. Ich habe es natürlich auch von Rudi in seiner Wohnung und das Polizei ein bisschen in München beschränkt, aber trotzdem mal ein bisschen Szenarienwechsel. Ja, bei mir war es so, ich finde ihn schon wirklich als irgendwie einer der schwächsten Lage, zwar nicht unbedingt am Kriminalfall und auch nicht an dem Wechsel, sondern generell an dem Ganzen, zum Teil an den Darstellern, zum Teil wie die Story dann da behandelt worden ist, zum Teil fand ich dann die Gags irgendwie nicht so, haben nicht alle so gezündet wie erwartet. Es war eher so das Drumherum, jetzt gar nicht, dass dort dieser Wechsel drin gewesen ist, aber irgendwie habe ich mir dann nach dem Film gedacht, boah, entweder aufhören oder wir besser werden. Aber das lag jetzt nicht per se an dem, dass das jetzt in München war. Also ich habe den Sauerkrautkummer zum allerersten Mal gesehen, da habe ich wirklich die Reihe, kann man sagen, so gebinged, da habe ich wirklich jeden Abend einen Teil gesehen und da fiel der wirklich schon deutlich ab, im Gegensatz zu dem, dem wir letztens so gesprochen haben, der Kriegsknocker-Affäre. Aber dann habe ich ihn halt eine Zeit lang später nochmal so, ich sage mal, alleine geguckt nach einer Zeit, nur ihn und der ist halt nicht verkehrt. Ja, aber für mich ist das schon, ich greife da das Fazit vorweg, für mich ist es ganz klar der schwächste Teil der Reihe, aber es ist kein schlechter Affair. Das kann man zumindest von meiner Warte aus sagen. Und der Grund, warum ich ihn teilweise halt nicht so gelungen finde, ist nicht nur unbedingt, dass der Eberhofer in München die meiste Zeit ist, sondern liegt ganz einfach an dem Kriminalfall und über den reden wir jetzt. Tatort Niederkaltenkirchen Ja, der Kriminalfall von Sauerkrautkummer, ich sage es gleich vorweg, ich finde den auch beim dritten Mal, also ich habe den jetzt im dritten Mal geguckt, den Film nicht gut, aus einem ganz einfachen Grund. Und ich weiß, die Eberhofer-Filme, das sind Komödien, ja, die sollte man nicht zu ernst nehmen. Trotz allem, finde ich, ist hier Gefatterzufall zu präsent. Weil es geht ja darum, Papa Eberhofer fährt seinen Sohn mit seinem Admiralauto, wer es nicht weiß, Papa Eberhofer hat dieses eine Auto, was er hütet und pflegt, nach München und dieses Auto wird gestohlen. Sie finden es wieder und bei der Rückführung finden sie raus, oh, da ist ja eine Leiche. Nicht bei der Rückführung, der Eberhofer holt dem Rudi das Auto aus dem Wald ab, fährt sie wieder zurück nach Niederkaltenkirchen, sie steht dann dort und dann, wie der Vater einsteigt, weil er so, ja, stinkt der aber da ein bisschen, dann macht er in Niederkaltenkirchen den Kofferraum auf, also Leiche dreht und dann fahren sie mit dem Auto und der Leiche im Kofferraum wieder nach München. So ein Gerichtspeliziner. Ja, und man kann es ja grob abkürzen, das ist ja wirklich Zufall, dass der oder die Mörder die Leiche da reingestellt haben. Und irgendwie, weiß ich nicht warum, aber das passt mir nicht. Das finde ich irgendwie doof. Ich habe darüber nie nachgedacht. Es war mir eigentlich egal, dass das Zufall war. Also ich habe das einfach so hingenommen. Ja, mir fällt jetzt auch gerade auf, dass ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt, also das quasi die, die den Wagen geklaut haben, also Madewing, das sind irgendwelche Idioten, die den Wagen geklaut haben und den in den Wald gefahren haben und dann hat halt irgendeiner die Leiche ins und hat sich gedacht, oh, da steht ein verlassliches Auto rum, ich packe die da rein. Oder ob das wirklich beides mal das Gleiche gewesen ist. Da bin ich mir jetzt echt unsicher. Also es haben irgendwelche Jugendlichen oder so das Auto gefladert, haben es dann im Wald abgestellt und die Mörderin hat dann die Leiche dann irgendwie verkraben oder was auch immer und hat es nicht geschafft, weil das Auto stehen ist und das hat die Leiche in den Kopf rumgeschmissen. Ja, es ist mir einfach so viel Zufall, weil, das kann man ja auch verraten, die Spoiler hier, der Mörder oder die Mörderin ist ja die Haushälterin vom Bürgermeister von hierher Kaltenkirchen. Und das ist, weiß ich nicht, das finde ich, ist zu viel Zufall für mich. Ja, aber das macht, das finde ich, macht schon Sinn, weil die Leiche war ja die Au-pair vom Bürgermeister. Also die kannten sich. Das ist nicht einfach nur ein random Mord, dass die Mörderin ist, sondern das macht für mich schon Sinn, dass die Haushälterin vom Bürgermeister ist, weil ja die Leiche, ja gut, dass die Leiche jetzt die Au-pair vom Bürgermeister ist, ja, das ist ein Zufall, aber dass dann die Mörderin auch die Augen geschlüsselt vom Bürgermeister ist, finde ich jetzt nicht so Zufall. Ja, aber dass sie dann den ausgerechtigen Wagen von Papa Eberhofer und das, nee, mich aufregen könnte, aber es ist mir immer zu viel Zufall. Ich weiß nicht, da fehlt mir die, also sagen wir ehrlich, davor die Filme hatten jetzt im Kriminalfall auch niemals die notwendige Eleganz, aber das ist mir jetzt einmal dann doch echt zu grob schlechtig. Also der ganze Kriminalfall, der ist, der funktioniert soweit ganz gut, aber für den gesamten Kriminalfällen, die ich bislang gesehen habe, ist es wirklich der, der mich am meines Weißens entgegen egal ist, wobei er ja eigentlich mit am interessantesten ist, weil halt eben der Bürgermeister da fast schon ein bisschen mit involviert. Ja, aber ich finde also, die ganze Zufälle stirbt mich, ist nichts, was mich am meisten stellt, ist eigentlich die Auflösung. Ich finde die ein bisschen, ein bisschen läppchen, das ist alles so ein bisschen, ich will nicht sagen, egal, aber jetzt auch nicht wirklich, es ist alles ein bisschen, ich meine, unzufriedenstellend. Vielleicht können wir mal kurz aufhören, was denn überhaupt der Kriminalfall an sich halt ist. Also es wird diese Leiche gefunden im Admiral und es wird dann rausgefunden, das ist das Au-pair-Mädchen vom Bürgermeister, dass die auch schwanger ist. Theresia, weißt doch, wie es weitergeht. Und da haben wir natürlich auch der Bürgermeister verdächtigt, oder es sollte, es muss herausgefunden werden, wer ist der Vater von dem Kind, weil der könnte ja auch eben der Tatverdächtige sein. Und da gibt es halt auch quasi den Onkel, der seine Nichte unterstützt hat, wo es dann eben so unterstellen, dass er quasi ein bisschen zu nicht zu seiner Nichte gewesen wäre und dann kommt halt auch noch der Bürgermeister infrage. Und dann stellt sich auch auch noch heraus, also das Au-pair ist ja da, weil der Bürgermeister zwei Kinder hat, nämlich das eine Mädchen so im Baby-Kleinkind-Alter, aber hat irgendwie einen, ich weiß das Alter nicht mehr, 13-Jährigen, 14-Jährigen Sohn. 14-Jährigen. Der übrigens Damian heißt, oder Damian. Das ist ja überhaupt kein verdachtserregender Name. Nö, kommt nur Gutes bei raus. Ja. Und dann ist halt, stellt sich dann raus, dass das Au-pair und der Sohn ein Verhältnis gehabt haben und die Hausangestellte, weiß ich nicht, die waren ein bisschen eifersüchtig auf den Beziehungen, also dass der sich so gut mit der Au-pair verstanden hat und sie glaubt, dass die Au-pair ihn nur ausnutzt, um halt dann im Land planen zu können und so, weil es selber schwer geworden ist. Ja. Und sie hat sie dann erschlagen mit dem, nee, nicht mit dem Mörser, nicht Quatsch, also der Birkenberger ermittelt und findet einen Mörser und er glaubt, eine Mörser ist Blut, aber es ist dann nur Erdbeermarmelade und dann kommt aber bei Untersuchung raus, dass mit dem Mörser Abtreibungsmedikamente klein gemörsert worden sind und so kommen sie dann der Lösung immer noch also einen Schritt weiter und ja, was mich ein bisschen nicht stört, aber durch die Auflösung des Falls kommt es ja dazu, dass der Eberhofer wieder nach Niederkaltenkirchen versetzt wird, weil er mit dem Bürgermeister diesen Deal macht, pass auf, ich hänge sich an den große Glocke und du gibst mir dafür meinen Job wieder. Deal ist gut, Herr Präsident. Ja. Aber ja. Ja. Auf charmante Eberhofer-Art halt. Ist jetzt Korinthin-Kackerei, aber ich finde, das ist halt so ein wichtiges Element und es wird aber nie wieder aufgegriffen. Es gibt ja keine einzige Szene in den nachfolgenden Filmen, wo der Eberhofer nicht mehr so sagt, so zum Bürgermeister übrigens, Sie wissen schon, hier, was Sie mal, mit dem Au-pair, gar nichts, gar nichts. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen schade, also weil die Reihe ist jetzt nicht die kohärenteste und die lässt wirklich viel liegen, aber so normalerweise bei so größeren Sachen, da bleiben sie eigentlich immer dran. Sei es jetzt der Neubau vom Leopold, die Ehe von der Panila, die ja in dem Teil auch wieder vorkommt, dazu dann gleich mehr. Aber ich finde es ein bisschen seltsam, dass das mit dem Bürgermeister nie wieder zur Sprache kommt. Nie wieder. Ja, aber das ist, wie du gesagt hast, da gibt es ja mehr so Sachen. Also es gab ja eben im dritten Teil diese neue Buddy-Beziehung zwischen Moracek und dem Papiwo, die dann aber einen in nachfolgenden Büchern und auch Filmen nie wieder so einen großen Stellenwert gehabt hat, wie in diesem einen Film. Also es gibt so ein paar Momente oder so ein paar Geschichten, die dann in dem einen Buch und Film vorkommen und danach nie wieder so groß erwähnt werden. Bei dem Moracek und so, es ist schon echt schade, da ist er das Problem, weil es so gut funktioniert hat, weil es so spaßig war. Aber wir haben ja schon im letzten Podcast auch gesagt, man merkt auch so, dass vielleicht der Eberhofer-Seni und der Moracek vielleicht selbst auch so eingesehen haben, boah, so ohne Todesangst. Ah, ich weiß nicht, da fehlt was. Da funktioniert die freundschaftliche Beziehung nicht mehr ganz so gut, weil es ja schon eher verschiedenen Welten sind. Aber wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass in jedem Eberhofer-Film jetzt der Eberhofer zum Bürgermeister geht und sagt, ich mache jetzt aber keinen Spätdienst, weil ansonsten verrate ich, dass ihr Sohn in den Mord verwickelt war. Das meine ich nicht, aber es wirkt halt so ab dem nächsten Teil wie komplett ausgelöscht. Ja, das stimmt schon. Das hat also gar keine Konsequenzen irgendwie. Aber das ist auch das typische Bond-Problem, oder? Bond ist genau das gleiche, da passiert irgendwas und es hat nie mehr Konsequenzen für den nächsten Filmen. Boah, ganz ehrlich, Eberhofer als James Bond finde ich so lustig. Martini, nee, Mars. Gut, also für mich ist das wirklich mit weitem Abstand der langweiligste Kriminalfall der gesamten Eberhofer-Spielfilmreihe. Wo würdet ihr ihn verorten? Das ist eine gute Frage. Ich finde, dass das Ende, die Auflösung einfach sehr unzufrieden stellt und ein bisschen schlampig. Deswegen habe ich deswegen nicht, also ich habe bis dahin meinen Spaß mit dem und am Ende denke ich mal so, ja, komm, wo ist das? Ich habe nie groß nachgedacht, ob das jetzt, ob der Kriminalfall für mich jetzt sinnvoll ist oder ob das jetzt doof ist oder ob das glaubhaft ist oder so. Ich habe halt einfach immer so die Filme genossen und ich wusste eh, okay, der Kriminalfall ist eh immer so ein bisschen angestellt. Von daher kann ich jetzt mal sagen, ob ich jetzt sehen, wo ich denn jetzt verorten würde. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was denn Eberhofer sonst noch auszeichnet, nämlich die Nebenfiguren. Ja, es gibt wieder Unmengen von Nebenfiguren. Es gibt eine Nebenfigur, die ich richtig ins Herz geschlossen habe, auch wenn der Franz Eberhofer sie hasst. Ich bin nämlich, und jetzt haltet euch fest, ich bin Fan von Karl-Heinz Fleischi-Fleischmann. Geht nun Bock ab. Ja, er bekommt Konkurrenz der Eberhofer. Was ihn jetzt aber auch nicht wirklich schert. Ja, das ist ja das Besondere. Wenn man so sieht, also kurzer Erklärung, es gibt einen Nebenbruder bei Susi, das ist halt eben der Karl-Heinz Fleischmann, genannt Fleischi. Der ist halt wirklich nett irgendwie, aber er wirkt auch immer zu nett. Er wirkt immer so auch ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem Kosmos in der Kaltenkirchen. Und der flirtet halt relativ heftig mit Susi, wobei manchmal wirkt es auch mehr so, als ob Susi mit ihm flirtet. Und er weiß gar nicht selbst, dass er gerade angepflirtet wird. Sie versucht schon damit, ihren Franz ein bisschen eifersüchtig zu machen. Und es ist schon sehr amüsant, dass es manchmal nicht so wirklich von Erfolg gekrönt ist, denn ja, der Franz ist halt in München. Ja, und selbst wenn der Franz nicht in München ist, schert er dann Dreck. Das stimmt. Also selbst wenn da der Fleisch mit der Susi tanzt die ganze Zeit, was weiß ich, dann Eberhof. Also ich meine, seine Rache ist, dann sein Auto abschleppen zu lassen, aber so richtig scheren scheren, tut es ihm auch nicht wirklich. Und er sagt uns so, was auch eine gute Einstellung ist, dass Susi ist halt genug, sie kann machen, was sie will. Ja, aber gar nicht. Aber Susi hat halt gern, dass der Eberhof meint, ja, nein, ich möchte nicht, dass du mit mir tanzt, weil sie bla bla bla. Aber ja, sie leben halt in komplett unterschiedlichen Welten, die zwei, was traumatische Vorstellungen angeht. Susi hat ein Leben gern mit dem Franz tanzen, bloß der will halt nicht, der hat halt, der mag halt nicht. Vielleicht, weil er es nicht kann, oder weil er keinen Bock nicht hat. Und dann sagt sie, oh gut, dann tanze ich halt nur mal mit ihm. Also kann ich jetzt auch noch mal ziehen. Ja, aber für Franz ist ja auch eine Erleichterung, dass sie mit ihm tanzt, er muss ja nicht tanzen. Ja, genau. Das liegt jetzt eher nur so als positiv. Ja, das ist eine ganz schöne Szene. Was aber auch schön ist bei Sauerkrautkoma ist, dass wir nochmal sehen, dass seine Freunde, also Eberhoffs Freunde ihn auch wirklich mögen, ihn wirklich lieb haben und ihn auch wieder zurückhaben wollen. Denn sie haben ja eine Idee. Das ist es, das ist es. Die, glaube ich, darauf bringt sie, der Moratschek bringt sie darauf. Ja, im Puff. Sie sagen Moratschek im Puff. Ja. Genau, im Puff. Genau. Männer müssen auch mal Dampf ablassen, so. Also eben auch gerne mal im Puff. Im Darkroom. Oder im Darkroom, ja. Ich würde jetzt nicht in die Details gehen. Vielleicht gibt es da ein paar geschnittene Szenen, wohl mehr sehen, aber das muss jetzt je nicht sein. Es ist es. Und zwar hat der Moratschek gesagt nämlich, in der Kaltenkirchen braucht eigentlich keinen Polizisten, weil in in der Kaltenkirchen die anderen für sich nichts passiert. Wo ich halt sage, wo warst du in den letzten Detail? Ja, ich habe auch gedacht, so, dude, okay, andere will anscheinend. Nach dem Motto, ja gut, da war mal ein Psychokiller, der wollte mich umbringen und hat meine Frau entführt und ja gut, da gab es vielleicht mal hier diesen Containerunfall, der sich auch als Mord herausgestellt hat, aber ansonsten passiert auch in der Kaltenkirchen nie was. Ja gut, wir hatten den Direktor, der dieses Doppelleben geführt hat und auch ermordet worden ist und den einen Toten, da wollte den Kopf dann von ihm stehen, aber ansonsten passiert in der Kaltenkirchen nie etwas Schlimmes. Er bringt halt den Simmel, den Wolfi und den Flötzinger Ignaz auf die großartige Idee, hey, wenn wir einfach Verbrechen verüben, dann müssen die uns ja wieder einen Polizisten hinstellen. Man muss dazu sagen, die Idee ist nicht neu, die haben sie aus der schwedischen Komödie Cops entnommen, die dann auch schon mal in Deutschland geremaked worden ist unter dem Titel Faking Bullshit, aber die Idee an sich ist immer noch ganz vergnüglich, weil du halt eben Polizei haben willst, verursachst du ein paar Verbrechen und ich muss sagen, zu Beginn dieser Aktion, wo man merkt, dass die Promillezahl noch nur einstellig ist, haben sie auch eine gewisse Energie, aber dann trifft ja der Simmel auf den Endgegner und zwar Maibaum. Maibaum. Die Idee ist quasi, sie wollen randalieren, kommt auf die grandiuose Idee, dass sie jetzt einfach quasi den aufgestellten Maibaum umhauen mit der Axt und es stellt sich halt aus schwieriger heraus als gedacht, weil irgendwann lasst halt einfach dann die Kraft nach. Ja, vor allem, wenn du halt 50 Promille hast. Ja. Aber es wird ja nachgezählt, es sind bisher dann Umfeld in das 120 Fübschläge. Okay. Das ist dann doch mehr Durchhaltevermögen für so eine Promillezahl. Ich glaube tatsächlich, dass sie bei spätestens bei Schlag 60 irgendwie ein paar Zahlen hat. Ja, wahrscheinlich. Und man muss sagen, der Simmel hat genauso ein Talent, einzelne rumgestellte Sachen zu treffen wie sein Sohn, weil wie wir wissen, in Teil 4 hat der Sohn mit dem Auto die eine Telefonzelle erwischt und umgefahren, die es in den Kaltenkirchen gibt und in dem ganzen Umkreis, wo jetzt dieser Maibaum steht, steht ein Auto und das kriegt dann den Maibaum ab. Es ist schon eine schöne Szene. Ich finde, man merkt sehr deutlich, dass sie gesehen haben, okay, das Publikum reagiert echt positiv darauf, wenn die halt so ein bisschen Schwachsinn machen, wie jetzt zum Beispiel bei Griesnocker-Affäre. Ich sage nur Blumenbeetkübel oder was da war. Es macht auch wieder Spaß, dem zuzusehen. Ich finde aber, im Vorgängerteil hat es irgendwie ein bisschen besser gepasst. Es wirkte irgendwie, ich will nicht sagen realistischer, aber irgendwie machte das alles ein bisschen mehr Sinn. Ich fand auch, dass wir einen Blumenkistel fand ich auch lustiger, als dann einmal zuzuschauen, wie diesen Maibaum versuchen zu fällen. Obwohl das dann, also obwohl auch wieder Moracek dann da herumsitzt und so ist, ich glaube, ich muss es wirklich haben und dann so nach 500 Schlägen mehr, aber jetzt muss ich wirklich. Das war schon sehr lustig auch. Es ist halt alles, es ist halt immer regelrechte Schnapsideen. Das stimmt. Ja, das ist wahr. Und es wird auch wieder gesungen. Sogar zweimal. Wir haben einmal einen Auftritt von Wolfi und Simmerl, die eine Band haben. Dieses so biowarisches Heavy Metal. Warum nicht? Jedem das seine. Es gibt aber auch wieder so eine Musical Traumsequenz, die diesmal ein bisschen indisch gehalten ist. Und ich mag ja normalerweise meistens diese Musiksequenzen ganz gerne, auch wenn ich kein Musicalfan bin. Also Sexualverkehr ist großartig. Also Tony, Grammy, Emmy, alles dafür. Aber der Song jetzt bei Sauerkrautkummer und die ganze Installierung, das war mir einfach zu drüber. Das hat mir nicht gefallen. Ich mochte den Punk-Song, den sie da hatten, den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also da hatte ich meinen Spaß damit. Aber das andere, das war auch nicht meins. Also das hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, da waren die in den Vorgängerfilmen echt immer besser. Also das war auch wieder so ein Ding, wo man gedacht hat, okay, ich glaube jetzt übertreibt es halt ein bisschen in dem ganzen Film, was ich dann auch eben dazu gehöre, dass der Film eben auch nicht bei mir so eine hohe Platzierung erreicht. Wer bei Sauerkrautkummer aber bei mir wieder eine hohe Platzierung erreicht, ja unser, der Beste, der von Besten, der Bestmediziner, nämlich der Günther, der einen schönen Satz sagt, als es nämlich zu dem Titel gegeben in Sauerkrautkummer kommt, nämlich wo juckt denn der Hobel und quasi den Birkenberger rettet, denn das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, ich warte schon mal drauf. Der Franz wohnt in München nicht irgendwo, sondern beim Birkenberger. Kann ja nur gut gehen. Die zwar in einer Wohnung, das Zimmer vor allen Dingen ist eine Highlight, Kinderzimmer, Albtraum. Irgendwie tut mir der Birkenberger leid, weil diese Wohnung ja schon so ein bisschen aussagt, dass es gerade in seinem Leben nicht ganz optimal läuft. Auf der anderen Seite verhält er sich aber teilweise wieder so, wie der Birkenberger sich verhält, wo du halt denkst so, ey Typ, du verdienst es ja auch irgendwie eine andere Idee. Die Wohnung schaut halt aus wie so, dass so die Möbel von noch vor aus den 70er Jahren drinstehen. Und der Franz hat so ein kleines Kinderzimmer, das auch wirklich sehr schmal ist und damit es quasi optisch größer wirkt, hat er an die eine Wand so ein Landschaftstapete hingetan. Allein dieses ganze Zusammenleben zwischen den beiden, angefangen damit, dass sie jeden Tag Dosenravioli fressen. Bis dann eben zu dem die gegebenen Sauerkraut kommen, dass der Rudi dann verfallen, nachdem sie das Sauerkraut vom Franz seiner Oma essen, das sie mitgeben hat. Es ist einfach ein Desaster. Also ich weiß nicht, weil der Rudi hat sich auch ein bisschen aufgedrängt. Auch so in der Klavonze bei mir war, dafür sind wir Freunde da und so. Und ich glaube, irgendwann hat er es dann doch bereut. Ja, vor allen Dingen, man muss ja sagen, das ist wirklich ein Horrorzimmer, weil diese Tapete blendet ab und darunter ist ein riesiger Blutfleck. Blutfleck, ja. Vom Vormieter. Wo du denkst, was ist denn hier passiert? Das ist ein Kinderzimmer. Ja, und auf alle Fälle ist ja der Franz dann irgendwann diese Dosenrabi und diese Dosenessen leid. Und deswegen kauft er halt dann einmal Ei und es gibt halt eben Sauerkraut und Würstel und Fleisch dazu. So wie man es halt bayerisch macht. Und es schmeckt allen auch wahnsinnig gut und vor allen Dingen schmeckt dem Rudi das Sauerkraut so gut. Ja. Und dann passiert das, was man passiert, wenn so viel Sauerkraut isst. Das gärt. Genau. Und man kriegt Scheißerei. Ja. Ja. Und fürchte nicht immer. Also das ist ja dafür gut. Also Sauerkraut, also meine Mama isst das auch immer gerne und ich isst das auch immer gerne, weil es immer hohe, das ist eben gut für die Verdauung. Aber in dem Fall, also alles halt mit Maß. Also wenn du immer irgendwelche Sachen betreibst, geht das halt sprichwärtslich nach hinten los. Ja. Und dann kommt unser Lieblingspathologe und macht dem Rudi auch also irgendwie so, ja von wegen müssen wir diese Nadel da in den Bauch stechen und das alles ablassen oder das geht so nicht. Der Rudi liegt da eh schon unter Schmerzen und dann auch noch in Todesangst, dass er den Nadel in den Magen gestochen bekommt und dann der Franz und der wird immer so, ja war ja nur ein Scherz, ich fange zum Schnaps auf, Mann. Also ich glaube neben Schweinskopf al dente ist Sauerkrautkoma der Titel, der am wenigsten für eine gehobene Kulinarik spricht, wenn man ehrlich ist. Ja, beides, aber das, was da der Franz so nicht kocht, das ist schon irgendwie, also das esse ich durchaus gerne. Also das ist schon keine gehobene Küche, aber trotzdem eine bayerische Küche. Ja, also Sauerkraut ist glaube ich, würde mal sagen, universell deutsch, deutschsprachig. Ich glaube, es gibt keinen Raum in Deutschland, wo Sauerkraut unbekannt ist. Auch im Rest der Welt gibt es ja diverse Variationen, in Korea gibt es zum Beispiel Kimschi, aber darüber reden wir dann gleich. Ich muss sagen, der Auftritt von dem Michael Ostrowski als Pathologen Günther ist großartig, ist richtig super. Ich frage mich aber wirklich, wie viel Sauerkraut muss man wirklich essen, um diesen Zustand zu erreichen? Aber das ist den Top 10, den sie gemacht haben, das war ja nicht wenig und dann auf die Teller und so und dann hat der Rudi angefangen, die Teller abzulecken, jedes letzte Krümel Sauerkraut irgendwie aufzuessen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mehr als genug war dafür. Anders gesagt, ich habe es falsch ausgedrückt, wie viel Sauerkraut muss man wirklich fressen, um Lebensgefahr zu geraten? Das kann man sich ja googeln, warte mal. Machen wir einen Selbstzettel. Okay, ihr seid live dabei. Mehl-Sauerkraut ist lebensgefährlich. Auf 100 bis 150 Gramm pro Tag. Naja, 100 bis 150 Gramm pro Tag, ja. Vielleicht auch mal Ärzte, vielleicht auch mal Ärzte als Zuhörer, die uns das mal erklären können. Ja, genau. Habt ihr vielleicht ein bisschen Ahnung von der menschlichen Verdauung und Sauerkraut, dann bitte helft uns bei dieser lebenswichtigen Frage, denn wir planen gerade, jemanden umzubringen mit Sauerkraut. Jetzt können wir es ja sagen. Gut, wir haben noch, ja, ich würde sagen, zwei, ich nenne es mal Parteien, über die wir reden sollten. Und fangen wir mal an, weil da auch Sauerkraut vorkommt, nämlich mit der Panida und dem Leopold, denn Panidas Familie aus Thailand ist zu Besuch. Zum Leidwesen von der Panida. Die stimmt, die ist da wirklich nicht begeistert, aber Papa Eberhofer versucht ja Völkerverständigung und auch hier kommt Sauerkraut zum Einsatz, denn er zeigt den Leuten, wie man bei ihnen Sauerkraut macht. Es ist eine Szene, die ist, wie heißt es so schön, sie ist echt ein bisschen cringe. Also mir tut da wirklich jeder leid, der da mit dabei ist, weil man merkt irgendwie die Panida, der ist unangenehm, dem Leopold ist es unangenehm, den Füßen vom Papa Eberhofer scheint es auch unangenehm zu sein. Ich meine, er wäscht die nicht mal bevor er irgendwie in den Kübel steigt. Es ist aber immerhin eine Szene, wo die familiäre Situation von Leopold und Panida zumindest mal wieder thematisiert wird, denn die wird ja auch in den nächsten Teilen ja auch eher fallen gelassen. Ja, es ist so, dass die Panina und Leopold sitzen hat lassen, oder zumindest leben sie auch zeiträumlich getrennt, ich glaube, so drückt das aus, und dass der Leopold ja dann zurück zum Hofe Eberhofer geht und nachdem er Franz ja nicht da ist, ist der Zeit, weil der ja in München lebt, der hat einen Leopold am Hof und irgendwann holt er dann halt seine Frau und seine Tochter auch wieder zu sich und meint sie ja eine Überraschung für seine Frau und dann steht die ganze Familie von ihr da und sie ist dann nur so, du weißt aber schon, dass ich meine Familie nicht leiden kann. Und da ist das alles halt sehr, sehr unangenehm, weil Englisch funktioniert nicht und jede andere Sprache auch nicht und sie versuchen irgendwie mit Händen für sich zu unterhalten und es geht halt einfach meistens alles nach hinten los. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl bei dieser Szene, dass Panida es vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, weil ihre Verwandten kennen den Leopold ja nicht und ihre Verwandten haben vielleicht so ein Bild vor Augen, ja der große, deutsche, teutonische Muskelmann und dann hast du halt eben so einen Hempfling da stehen wie den Leopold. Ich weiß nicht, ob die Englisch was getroffen haben, aber die haben es auch nicht so aus, als würden sie, also die haben doch auf diesem Hof irgendwie glücklich aus, so hätten sie Spaß dann beim Sauerkraut stampfen zuschauen und so. Aber es hat mehr so was Touristisches. Ja, das stimmt. Es hat jetzt nichts wie ein Familientreffen, sondern mehr so, oh, wir sind jetzt hier und können Fotos machen und können dann zu Hause bei den Verwandten erzählen, wir waren mal in Deutschland. Denn jetzt muss man ja sagen, es ist ja schon, sie bekommen ja das ganze biovarische Wohlfühlprogramm, ne, plus Papa Eberhofer, der mit dem Indianer tanzt durch Sauerkraut fast stapft. Ich sehe ja nicht, das zeigt mir, wie das richtig damals früher gemacht worden ist, ja. Ich finde die Szene irgendwie unangenehm. Es gibt Szene in dem Film, die ich unangenehmer finde, aber die ist auch ziemlich weit oben. Ja, unangenehm, man macht irgendwie gerade ja nicht so viel Sinn und hat auch nicht Spaß oder nicht das, was ich eventuell vermitteln soll. Also hat halt bei mir nicht gezündet. Ich bin da vielleicht ein bisschen nitpicky und auch vielleicht ein bisschen zu sehr, wie heißt es, Social Justice? Gibt es irgendwo so einen Griff für, keine Ahnung, ich bin zu alt dafür. Aber ich fand es halt irgendwie echt ein bisschen, es machte echt wenig Sinn und war unangenehm zu gucken, und wenn halt eben Papa Eberhofer dann mit diesem Anführungszeichen Indianertanz da durch dieses Fass stappt. Ja, es war alles sehr, ich dachte, braucht es das jetzt? Bevor wir jetzt zum Schmackgefahrt kommen, noch eine Sache bei den Nebenfiguren, nämlich die Susi, denn der Film endet ja mit der Vorstellung eines neuen Nebencharakters, nämlich dem Paul. Bitte mal langsam. Erst einmal macht dann der Franz mehr recht als schlechten Heiratsantrag und sie planen nebenbei immer noch eine Hochzeit. Und der Franz, da wissen wir beide, wie es endet. Das ist die unangenehmste Szene in den ganzen Filmen, wie der Franz, der Susi, diesen Heiratsantrag macht im Büro. Da war ich echt so, also Habara, come on, das ist, also, ihr wisst, du bist nicht der Romantiker, aber vor allen Leuten einfach so im Büro. Vor allen Dingen Susi sitzt nur irgendwie auf dem Schoß vom Fleisch, die bei der da gerade im Computer noch irgendwas installiert hat, alles steht da drum rum und dann denkt er sich doch, bevor man der dazwischen grätscht, muss ich jetzt mal so halbschadig fragen, ey, Susi, kann man nicht eigentlich heiraten? Ja, aber ich muss auch sagen, so sehr cringe und unangenehm diese Szene auch ist, ich meine, er macht ja dann einen besseren Heiratsantrag und kauft ja auch einen Verlobungsring, der schweineteuer ist, aber gut. sie planen die Hochzeit und dann gegen Schluss vom Film kommen sie auch zur Hochzeit, aber irgendwie auch nicht, weil sich die Susi und der Franz dann nicht vom Altar in der Kirche treffen, sondern in der Busseil halt die Stelle, weil sie beide irgendwie doch davonlaufen wollen und dann doch irgendwie beide checken, gut, vielleicht ist heiraten doch nicht das für uns und ich finde, wie gesagt, so sehr cringe und so sehr unangenehm dieser ganze Aufbau von diesem Handlungsstrang bis dahin auch ist, ich finde diese, die Auflösung von dem wirklich, wirklich gut. Ich finde, das passt so gut zu allen Charakteren. Ich finde es so schön, weil es hätte nicht passt, dass sich der Eberhofer dann die Kirchen stört und die Susi heiratet. Dass das, hätte mein ganzes Bild von Franz nicht reinpasst. Und ich bin so froh, dass es so endet, dass sie dann den Bus, wo weiß ich ihn nennen, die Susi komplett verheilt im Brautklein und da Franz mit den üblichen Lederjacken und Leibolding mit dem Seelsack und seinen Klawatten. Ich kann euch nachher nur kurz erzählen, wie es im Buch ist. Ja, kannst du gleich machen. Ich finde gut, dass es so endet und das ist vielleicht eine der menschlichsten und der am besten auf die Charakteren in den Zuschauern in diesen ganzen Eberhofer die euch gibt. Und es ist eine Hommage, eine sehr schöne an die Reifbeprüfung, das Ende. So schön ich das finde, irgendwie finde ich es schade, dass sie da nicht einen Schlussstrich ziehen für den Film, weil es ja dann diesen Sprung gibt neun Monate später und dann sehen wir halt eben, dass der kleine Paul geboren worden ist. Ja. Und kann man machen, aber ich finde sie, ja das Ende versauen sie damit jetzt nicht, aber sie haben irgendwie den perfekten Absprungspunkt dann verpasst. Ja. Hast du im Buch ja was zu tun? Ja, das liegt am Buch. Also ich muss ja sagen, also Sauerkrautkoma unterscheidet sich Buch und Film in zwei Sachen, nämlich im Buch ist es halt nicht die Tote, die das Au-pair vom Bürgermeister, sondern halt einfach die Au-pair von irgendeinem anderen reichen Familie. Ist es aber nicht so schlimm, dass es jetzt geändert haben, dass es jetzt der Bürgermeister ist. Aber das Buch ändert halt auch komplett anders, nämlich dass, also die Hochzeit ist geplant. Am letzten Abend geht der Vater mit dem Franz nochmal irgendwie in den Wald, um sich halt zu unterhalten und über den morgigen Tag und so weiter und der Papa geht aber irgendwann heim und der Franz schläft aber im Wald und wird am nächsten Morgen geweckt, weil halt dann irgendwann die sprichwörtlichen Hochzeitsglocken an der Kirche läuten. und er halt erst mal noch nach Hause stimmen muss, sich umziehen muss, was er glaube ich nicht schafft, sondern einfach in dem kaputten Zustand dann zur Kirche geht, um dann festzustellen, dass er seine Susi nicht gewartet hat, sondern eben mit dem Fleischi da vorne fährt. Ich finde das Filmende schöner, glaube ich. Ja, und dann kommt ja danach eigentlich das Buch, ich glaube, es müsste Zwetschgendadji-Komplott sein, das wo es bis dato nicht verfilmt ist. Und in dem Buch ist halt Susi gar nicht eben präsent, die wird dann immer nur so, also der Einzige, der dann Kontakt zu Susi hat, ist dann der Wolfi, der Wirt. Und über den Wolfi kriegt dann der Franz in seiner charmanten Art, wie er halt dann so Menschen befragt, wenn die halt nicht mit der Wahrheit rausrücken wollen. Die Buchwarnschädel, oder? Ja, so ungefähr, dass die Susi halt sich vom Fleischi getrennt hat und dass sie wohl schwanger ist. Und dann kommt eben am Ende von Zwetschgendadji, Komplott zu der Szene im Krankenhaus, wo das Kind geboren ist und dann die Oma sagt, Bua, das ist dein Kind, der schaut davon auch ein Schulantag vorhin aus. Ah ja, das macht mehr Sinn, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss trotzdem sagen, dass sich das endet, dass sie beide keinen Bock auf die Hochzeit haben, sich da mit dem Bus halt in der Stelle treffen, finde ich schöner, als das, was im Buch passiert ist. Ja, finde ich auch witzig. Also das haben sie auf alle Fälle auch gut gemacht, aber es hat halt einfach so null mit dem Buch zu tun. Aber sie haben ja, wie gesagt, das eine Buch dann eben auslassen. Ja, verstehe. Damit sind wir mit den Nebenfiguren durch und können uns der Kulinarik zuwenden. Schmackofatz Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen Ja, dieser Film ist kulinarisch gesehen, wie ich finde, irgendwie nicht so interessant. Es gibt Sauerkraut, es gibt Würstchen, es gibt Ravioli. Ich mag Sauerkraut, allerdings wird Sauerkraut in dem Film ja fast schon als so eine Art Hauptgericht da geboten und für mich ist Sauerkraut immer so, wie heißt es auf Neudeutsch, ein Side-Dish, also eine Beilage. Aber sie essen es ja auch als Beilage, also mit Würstchen. Ja, aber da ist halt wirklich viel Beilage. Wenn ich jetzt wählen müsste, zwischen, und jetzt bitte aufpassen, was ich sage, zwischen guten Ravioli, also selbstgemachten, ja, richtig schönen, frischen Ravioli und Sauerkraut, würde ich die Ravioli nehmen. So, jetzt ist es raus. Ja, ich glaube ich auch. Schwierig. Eigentlich würde ich schwanken, aber wahrscheinlich auch eher dann doch die Ravioli nehmen, weil Sauerkraut gibt es halt bei uns durchaus öfters. Ich habe mich noch nie mit Sauerkraut überfressen, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, aber ich habe mich schon mal überfressen und ich glaube, wenn es dann auch extra im Magen oder im Verdauungstrakt geht, ist das glaube ich echt unangenehm. Ja, ich stelle mir das auch nicht geil vor. Ich meine, beim letzten Podcast war es ja schon so, dass ich mich als, ja, ich bin kein Suppenkasper und ihr mögt Suppen sehr, das heißt, für euch war das beim letzten Mal schon ein kulinarisches Fest, aber ich muss sagen, jetzt bei Sauerkrautkoma und dem davor, irgendwie, ich, und okay, Schweizkopf, weil der hätte bei uns auch nicht besonders kulinarischer, für mich interessant, irgendwie, ich vermisse so dieses, 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 das Kulinarische so ein bisschen und ich, ich greife vorweg, bei Lebercast Junkie, den Film werden wir niemals nächstes besprechen, ist es auch wieder so, dass die Filme da eher bei mir so einen gegenteiligen Effekt erzielen, aber dazu dann im nächsten Podcast. Also die, die Dosen-Ravioli, ich meine, ich esse keine Dosen-Ravioli, weil manchmal so, schon fertig, ja aus dem Supermarkt, immer nur noch kochen muss, im Prinzip, weil es der erste Machen ist auch wie Scheißaufwand und das ist schon, ist schon geil, das, das, das verstehe ich schon, aber dieses Sauerkraut mit dem Würstel, ja, also, da denke ich mir jetzt auch nicht so, boah, geil, das brauche ich jetzt. Ja gut, bei dir als Vegetarierin bleibt dann nur noch Sauerkraut übrig. Ja, das ist der andere Aspekt davon. Bei mir muss ich sagen, es ist halt so Kindheitsding, weil es war halt schon so ein Gericht, so Sauerkraut, Kartoffeln und dann so Fleisch und Würstel dazu, was es bei mir in der Familie schon regelmäßig so jetzt mal gegeben hat, also jetzt nicht jede Woche oder so, aber schon des Öfteren und ich habe das immer sehr gern gegessen und isst das auch heute noch gern, und von daher, klar, also wenn du jetzt mir Griesenabgalt hießtest oder die Suppe hießtest oder keine Ahnung, oder später noch dein Kaiserschmarrn, dann wird, also nix kommt auch gegen Kaiserschmarrn, es tut mir leid. Ach, Kaiserschmarrn. Ja. Aber für den Film muss ich sagen, Kaiserschmarrn, danke. Für den Film muss ich sagen, mag ich das Essen. Also ich habe auch nichts gegen Würstchen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree oder so, das habe ich auch als Kind gegessen und esse es auch heute noch ganz gerne, aber es ist, glaube ich, echt der Eberhofer-Film, der mich kulinarisch am wenigsten anspricht. Also weil es da keine richtige Szene gibt, wo du denkst so, boah, darauf hättest du jetzt auch mal wieder Bock. Es schaut nicht so richtig geil aus. Ja, sogar jetzt will ich mit am Tisch sitzen. Ja. Ja, genau. Also selbst bei Schweinskopf, all denen, da hast du halt so diese obligatorische Eberhofer-Sitz-Zusammen-Szene und essen irgendwas. Nächstes, boah. Obwohl das Essen, wenn wir jetzt vom Bayerischen weggehen, das, was da bei der Familie dann macht, da fängt schon auch sehr geil aus. Ja, aber das hat sich irgendwie bei mir nicht richtig funktioniert, weil ich halt immer noch diesen Eberhofer-Senior mit seinen Quark-Schlüssen da im Kaffee, weißt du, der da, deswegen hat sich da nicht so richtig der Appetit eingestellt. Also in Sachen Appetitanregung, muss ich sagen, ist Sauerkrautkoma für mich echt ein Flop. Ja, kann ich verstehen. Habt ihr noch irgendwas zur Kulinarik von Sauerkrautkoma? Nö, nur Hunger jetzt. Ja. Ah, gern geschehen. Dann machen wir mal weiter. Was? Der Preis noch wissen wollt. Ja, was ich noch wissen will. Also hallo, ich bin der Preuße hier und ich habe jetzt tatsächlich was gefunden, was mich interessiert. Und zwar gibt es ja in dem Film die sogenannte Maibaumfällung. Wir haben ja schon drüber geredet. 1.205 Schläge hat der ja sehr mal gebraucht und dann ist das Ding dann quasi wie von Zauberhand doch noch umgefallen. Da, wo ich herkomme, kenne ich halt Weihnacht und Maibaum. Dann stellt man seiner Angebeteten irgendwie einen Maibaum hin. Das, was bei denen aber auf dem Marktplatz steht, sieht für mich aus wie ein Laterne oder so wie so ein Fahnenmast. Deswegen meine Frage, ist das irgendwas Besonderes, was Spezielles mit dem Maibaum in Bayern? Hat das eine andere Bewandtes als das, was ich kenne? Ich hätte gerne eine Aufklärung. Jetzt muss ich aber weit auswählen. Also Maibaum ist bei uns schon immer so Tradition. Also der wird dann immer quasi auch am 1. Mai natürlich aufgestellt und davor wird der, es ist bei uns schon auch immer so ein Riesenteil. Es erfordert schon sehr viel Kraft und sehr viel Können, den aufzustellen. Und der steht dann, glaube ich, es wird eben für ein Jahr und der wird dann vorher auch dekoriert und es ist dann auch immer noch so bei uns auf dem Land die Tradition, dass man den Maibaum klauen kann. Und dann also quasi so bestimmte Dörfer, die sich halt da so jetzt einmal, also es ist jetzt mehr so ein Scherz, aber wird halt dann so immer versucht, den Maibaum zu klauen, um halt dann als Auslösung wieder irgendwie ein Fest, den aus den ersten Lippen zu reinigen oder halt irgendwie ein Fasselbier oder sowas, dass der halt ausgelöst wird. Aber ich kenne das, also in Österreich stellt man so manchmal auch Maibäume auf und da gibt es auch diesen Maithaus und so. Ja, genau. Also es ist irgendwie ein Brauchtum, glaube ich, also wenn ich, ich habe das mal irgendwo gelesen, in der Schule gelernt, keine Ahnung, dass das früher halt war, um böse Geister zu vertreiben und dass die Hexen nichts andern können oder irgend sowas und dass der Brauchtum hat sich halt einfach gehalten, dass man halt am Dorfplatz, wo ich eben halt einen riesen Baum aufstehe und dann halt sich besäuft. Ja, also jetzt, glaube ich, geht es nur noch um das Letztere. Also ich glaube, ich kenne das auch, dass man quasi, dass früher dann eben so Kinder um den Maibaum getanzt sind. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass ich es mal gesehen habe, dass die quasi dann so, jedes Kind irgendwie so Bänder hat und indem die dann so eben um den Maibaum herumtanzen, flechten sich die Bänder dann so auch um den Stamm rum. Ich glaube, also zur Huldigung, glaube ich, wieder für den, vielleicht auch dann für den Mai, dass da dann wieder alles wächst und gedeiht und so weiter, dass das dann irgendwie dazuhängt oder bin ich jetzt auch nicht so bewandert. Aber bei uns haben die schon auch die Höhe, wie man es hier im Film sieht. Der steht dann quasi am Marktplatz immer in jedem Dorf und genau. Ja, ich kenne es auch so, also so groß. Okay. Also ich kenne es halt nur, dass man seine Angebeten in der Mai nach halt so ein Maiherz, einen Maibaum vor die Tür stellt und dann eventuell noch da stehen bleibt die Nacht über, um es zu bewachen, weil irgendwelche Idioten das sonst rauben. Und das, also es ist im Grunde einfach nur ein Brauch, um sich halt wieder die Nacht um die Ohren zu hauen mit viel Böhr. Das ist so, so habe ich es halt kennengelernt und gut ist. Für alle, die jetzt noch jung sind, kann man vielleicht dieses Maibaum auch ein bisschen so erklären, ist so ein bisschen wie Capture the Flag. Ich muss jetzt sagen, also theoretisch ist es ja schon, wenn du quasi den Maibaum von einem anderen Dorfgemeinschaft klaust, es ist theoretisch Diebstahl. Also so richtig, wo man halt ansagen, Marco. Aber in Bayern ist es halt, also es wird nicht so streng verfolgt, glaube ich. Also wenn du dann Gute erwischst und sie werden natürlich einmal trickreicher, das Ding zu klauen, aber es wird natürlich einmal trickreicher quasi angewandt, dass du dir eben nicht klaust. Aber wenn du dich natürlich besäufst und du an den A schläfst, dann es gibt halt auch noch so die Maiwache. Also da wird dann wirklich dann die Nacht hinweg sich abgewechselt und der Maibaum bewacht. Vielen Dank, dann bin ich ja ein bisschen schlauer. Und damit können wir diesen Podcast abschließen mit dem Fazit. Das Fazit. Ich presche vorweg, ist es kein schlechter Film, aber bei meiner Eberhofer Liste ist das ganz klar das Schlusslicht. Ja, wie gesagt, ich bin mit dem Mord-Conclusion unzufrieden, aber ich finde, er hat menschlich gesehen, vor allem das Ende, einen der schönsten Momente. Deswegen ist er bei mir so, ja, ist nicht scheiße, aber ist auch nicht ganz oben. Bei mir war es auch, also bei mir ist er auch eigentlich das Schlechteste, in der Reihenfolge, wobei, wie gesagt, es ist trotzdem noch ein guter Film und ein unterhaltsamer Film. Aber wie gesagt, es ist so das, als ich im Kino saß und habe mir eigentlich gedacht, okay, also irgendwie werden sie jetzt immer irgendwie alberner und abstruser und hat mir halt einfach nicht so gefallen. Spoiler, es gibt aber auch wieder bessere Filme. Ja, es lag halt so an der Allgemeinenheit. Es gab immer noch Szenen, die ich sehr witzig fand und die ich ja gefeiert habe, zum Beispiel auch den Autoraster von Papa, wenn er halt feststellt, dass sein Auto geklaut worden ist. der ist ja schön. Aber im Großen und Ganzen hat mich der damals im Kino echt nicht überzeugt und das Fazit, wo mein Freund und mir war, ja, ich glaube, noch einen Film muss ich mir nicht im Kino schauen. Und wieder Spoiler, ich habe ihn im Kino geschaut. Vielleicht, wenn wir mit dieser Podcast-Reihe irgendwann mal fertig sind, werden wir vielleicht mal so eine Rangelisten-Podcast machen vielleicht oder so einen Stream. Mal schauen. Auf jeden Fall sind wir uns relativ einig, Sauerkrautkoma sollte man sich angucken, wenn man mit den vorangegangenen filmischen Spaß hatte. Man sollte aber vielleicht kein Highlight erwarten, wie jetzt zum Beispiel bei Grießnocker-Affäre. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann werden wir uns mit dem Leserbar-Case-Junkie auseinandersetzen. Das heißt, ist endlich wieder Fleisch. Und denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank. Das will ich eigentlich vielen Dank sagen. Es ist einfach so schön, dass ihr uns zuhört. Das macht mich jedes Mal so wuschig. Deswegen viel Tschüss, dann sagt die Katharina Tschüss und dann die Theresia. Tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ihr seid gemein und doof. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.